So, hallo, schönen guten Tag. Wir schauen uns jetzt gemeinsam was an. Ich verfolge das mit euch. Ich bin eingeladen am 12.6. bei Du klemmst doch. Lange, lange, lange hat es gedauert. Über ein halbes Jahr eigentlich, aber es ist nicht schlimm. Und jetzt ist es endlich soweit. Den Link poste ich unten rein. Ich verlinke alles da dazu. Es ist mega. Ich freue mich schon ein bisschen. Und lassen wir uns mal überraschen, was er sich da einfallen gelassen hat. Ich habe mir gedacht, so ein kleines Reaktionsvideo haben wir mal da dazu. Wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Du bist am Sonntag, den 12.6.2013. Ja, natürlich sind wir dabei. Okay, meine Titanikern haben es eingeladen. Ja, so ein blödes Mama darf Arbeiterabzug. Ja, zu erhalten. Ja. Ja, ich hoffe, das gefällt euch auch. Also es ist mal spannend zu sehen, wie mich andere sehen. Das ist echt mal so richtig cool. Den Einblick hat man ja nicht, ne? So die, die, also so Reaktionen. Ja, sind ganz, ganz lieber, man. Das wird cool. Top Gun war ja auch Thema. Mal übergucken, ob ich noch was Lustes habe. Ja, meins war ja. Mega stark. Ja, sie bist nicht dabei. Es ist schon zu spät. Geht an ins Bett. Vielleicht haben wir Glück, gleich ist es im Augenblick da. Mal gucken. Also ja, klar. Natürlich haben wir das. In der Hand aber auch wirklich nur die schlechten Sitz da genommen, ne? Mein Liebermann, mein Liebermann. Ah, das haben sie geschenkt bekommen. Da habe ich mal ein Gewinnspiel gewonnen. Ich habe mal ein Gewinnspiel gewonnen. Das war mein erstes Gewinnspiel, wo ich gewonnen habe. Ähm. Das ist stark. Also ich freue mich. Götz, ich freue mich echt. Wie kann ich besser Werbung machen? Das geht ja gar nicht. Ich kann dich mal einblenden hier. Aber das hat ja jetzt jeder gesehen, wer du bist. Das kennt ja auch jeder von deinem Kanal. Das brauche ich nicht wiederholen. Ähm. Danke. Jetzt aber wirklich, was ich interessant finde. Das ist das erste Mal, dass ich so den Blick habe, wenn jemand so Kleinigkeiten vor mir sagt. Das finde ich stark. Also so ein kleines Werbevideo heute. Es wird spannende Themen geben, auf jeden Fall. Logisch, logisch, logisch. Diesmal bin ich auch nicht so ruhig oder so still. Sondern ich mag das eins zu eins viel, viel lieber wie alles andere dann. Ähm. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020